Schalom und herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Ja, verbotenes Okkultismus, Zauberei, Wahrsagerei. Nun, in der heutigen Zeit scheint es etwas ganz Normales zu sein. Die Welt hat sich daran gewöhnt, Karten zu legen und dass Okkultismus etwas ist, was frei zugänglich ist. Doch Okkultismus, was bedeutet das eigentlich? Es ist etwas, was im Verborgenen ausgeführt wird, im Dunkeln gemacht. Es kommt aus der Dunkelheit. Gott verbietet die Beteiligung jeglicher Art am Okkultismus. Die Bibel sagt in 5. Mose 18, Vers 9-13 Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt, denn wer das tut, der ist dem Herr ein Gräuel. Nur Gott kennt die Zukunft, nicht die Toten. Die Bibel sagt in Jesaja 8, Vers 19 Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Nun, Gott will dem Heiligen Geist die Gabe der Weissagung geben. Und so hat er uns gesagt, im Heiligen Geist, dass wir uns darin üben sollen, zu Prophetie zu geben und Weiss zu sagen. Nur die Weisheit, die bei Gott ist, diese Wahrheit, diese Wahrheit, nach der sollen wir streben. In der heutigen Zeit ist es eine Normalität geworden, Dinge zu kennen, die ja früher eben nicht so normal waren. Alles hat sich umgedreht. Ich sage immer, der Teufel, Satan, dreht und spiegelt um 180 Grad. Was normal ist vor Gott, was ihm gefällt, das ist uns von dieser Welt schlecht geredet. Und das, was bei Gott wahrhaftig Sünde ist, das ist etwas, was uns Spaß macht, was gut sein soll, was angepriesen wird, dafür wird Werbung gemacht. Es wird gehypt, heutzutage sich Karten legen zu lassen. Es wird gehypt zu pendeln. All diese Dinge. Doch was ist uns gesagt? Gott hat uns auch gesagt, dass wenn wir diese Dinge tun, wir unter Fluch geraten. Immer häufiger kommen Menschen zu mir, die starke Beschwerden haben, die wirklich abgefallen sind von Gott, die in ihrem Leben ein absolutes Chaos, Zerstörung und ja, wirklich auch schlimme Krankheiten oder chronische Schmerzen. Oftmals haben sie sich irgendwann in ihrem Leben dem Okkutismus hingegeben. Manchmal nur ein Buch gelesen, andere mit Reacher-Brettern herum experimentiert. Karten legen, etwas Wunderbares, Engel anzubeten. All diese Dinge, die uns von Gott gesagt, dem Götzendienst sozusagen verboten sind. Nun wirst du sagen, ja, aber ich bin doch ein freier Mensch, ich kann doch tun und lassen, was ich will. Nun, wenn du unter dem Segen Gottes stehen möchtest, dann ist es einfach wichtig, dem mich allem Okkulten zu entsagen. Es ist einfach wichtig zu verstehen, dass du mit diesen Dingen schwarze Gestalten in dein Leben bringst, den Tod. Weil das ist die Sünde, die Adam und Eva begingen, nämlich sie hörten nicht auf Gott. Und sie aßen vom Baum der Erkenntnis, um dann zu erfahren, was es bedeutet, dass die Sünde den Tod bringt. Nun, wie möchtest du leben? Fluch oder Segen? Bist du bereit, dich von allem Okkulten in deinem Leben zu trennen? Ich habe schon einmal erzählt, dass ich zu dieser Zeit, zu meiner Zeit der Bekehrung, als ich Buße tat, gleichzeitig zu meiner Buße gehörte, dass ich meine Bücher aussortierte, dass ich alles aus meinem Haus verbannte, was irgendwie, irgendwie eine Tür für den Teufel öffnen könnte. Denn die hatte ich weit aufgemacht für ihn mit Buddha-Statuen und Büchern, die mich in eine esoterische New Age-Welt, Buddhismus, Hinduismus, all diese Dinge. Ich war sehr stark ausgebildet auch im Schamanismus. Welche Geister werden da wohl angebetet? Gott zeigte mir, welche Gefahr in der angeblich heiligen Geometrie liegt. Ja, und auch die Engelswelt, gefallene Engel, die angebetet werden, die sich als Retter auftun. Channeling ist heutzutage eine sehr normale Sache. Doch ich möchte dir sagen und ich soll dir sagen, wenn du wahrhaftig zu Gott zurückkehren möchtest, dann ist es ein Aspekt, der einfach betrachtet werden muss. Das Okkulte und jede Form von Okkultismus, jede Form von, ja, ich will mal sagen auch, jede Form von Zauberei, jede Form von Wahrsagerei, Hellseherei, all diese Dinge, Zauberkünste und Geisterbeschwörung und Zeichendeuterei und all das muss aus deinem Leben verschwinden. Und ich meine das ziemlich ernst. Und ich habe Tausende von Euro investiert in all diese Dinge und es ist innerhalb von zwei Tagen alles aus dem Haus verbannt. Was geschehen ist, nachdem ich das tat, war, dass Gottes Segen Einzug halten konnte, dass wahrhaftig Jesus bereit war, in mein Heim zu kommen, nicht nur in mein Herz, sondern wahrhaftig in mein Leben. Und mich zu befreien, war sein Versprechen und das hat er getan, als er am Kreuz für mich gestorben ist. Als ich es annahm, tausende Jahre, über 2000 Jahre später, als ich es annahm, galt immer noch das Gleiche für mich, so wie es auch für dich gilt. Jesus möchte dich befreien. Nun ist es an der Zeit, dass du dies annimmst, dass du deinen Fuß und dein Erbe stellst, dass du das Evangelium, die frohe Botschaft, mit all seiner Vollkommenheit in deinem Leben wahrnimmst und zum wahren Nachfolger Jesu und somit natürlich auch zum Kind Gottes mit all seinen Segnungen wirst. Lass uns gemeinsam beten, wenn du magst und trenne dich von allem, was die Tür für den Teufel, für Zerstörung, für Tod, für Schmerz und Leid in deinem Leben öffnet. Gott Vater, ich glaube an deinen Sohn. Ich glaube an das vollbrachte Werk am Kreuz und ich nehme Jesus als Herr und Erlöser in meinem Leben an. Ich nehme an, was er am Kreuz für mich getan hat und ich öffne mein Herz und übergebe alles an ihn. Mit dieser Übergabe trenne ich mich von allem Unkulten. Ich entsage mich allem Unkulten in meinem Leben. Ich verbanne es aus meinem Leben und entscheide mich, Kraft meines freien Willens, vollkommen im Licht zu wandeln. Ich glaube an die Auferstehung Jesu und an den Sieg über den Tod, über Satan und alles Böse. Und so will ich dir nachfolgen, Jesus, den Heiligen Geist in meinem Leben empfangen und ihm die Führung übergeben. Im Namen Jesus danke ich dir, Vater, für die Gnade und Barmherzigkeit, die du mir zuteil werden lässt. Amen. Morgen wird es für dich eine weitere Andacht geben, eine Inspiration und ja, auch eine Hilfe, wie auch du dein Leben unter dem Segen Gottes und vor allem aber in seiner Liebe führst. Im Namen Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann es für mich gehen, wie kann ich tiefer eintauchen in dieses Glück, in die Liebe, wie kann ich eine Beziehung zu Gott aufbauen, dann ja scheue dich nicht. Schau in die Beschreibungen der Andachten, der Videos und sichere dir dein kostenfreies Seelenmentoring. Ein Gespräch, bei dem erste Blockaden, erste Hindernisse und ja, erste Geister verschwinden müssen, die diese Welt auf dich gelegt hat. Die Schwere, die dein Herz niederdrückt. Denn wo Gott ist es Liebe und Frieden und den sollst doch du erfahren. Wir freuen uns auf dich. Wir freuen uns auf dich.